Mein Name ist Georg Gravenka. Mein Name ist Michael Prügel. Mein Name ist Andreas Pürzl. Mein Name ist Michaela Arturo-Heumann. Und ich darf euch heute was über Mentaltraining im Grenzbereich erzählen. Ich bin Co-Founder von Unleashed Studio, einem kleinen feinen Social Media Studio in Wien. Ich bin stolzer Besitzer vom Gymmala Gyms, das Gym, dem besten Gym der Welt in Wien und möchte hier kurz meine Gedanken über das Thema Erfolg loswerden. Und das ist auch schon der Punkt, wo ich zum Titel meines Vortrages komme. Das 1x1 des Marketings. Das 1x1 des Marketings ist schlichtweg Kommunikation.